Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität. Endlich geht es weiter. In der zweiten Staffel dieses Podcasts steht eine Sache ganz besonders im Mittelpunkt. Elektromobilität erfahrbar machen. Sie werden erleben, wie Stars des FC Bayern ein Elektroautorennen meistern. Ich glaube, dass wir beide das ziemlich gerockt haben. Wir nehmen sie mit auf ein E-Mobility-Event, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Highlight ist auf jeden Fall die hohe Rampe, was echt spektakulär ist, wenn man drin sitzt. Und direkt im Anschluss hat man dann eben auch die Möglichkeit, selber nochmal sich hinter das Steuer zu setzen. Wir laden sie ein auf eine Testfahrt im neuen Audi e-tron. Wir machen einen Podcast, dann starten wir mal los. Wer den Münchner Flughafen betritt, wird ihn ganz sicher nicht übersehen. Audi hat zwischen den Terminals einen BG und vor allem befahrbaren Meteoriten einschlagen lassen. Eine mehrstöckige, anthrazitfarbene Skulptur mit rot leuchtenden Kanten. Die Konstruktion macht auf 630 Quadratmetern Elektromobilität erlebbar. Von Technikthemen wie Laden oder Rekuperation bis hin zum Fahrerlebnis. Also bewusst von jeder Seite was los und auch überall Ausstellungsfahrzeuge ringsrum platziert, sodass gleich jeder erkennen kann, worum es hier im Wesentlichen auch geht. Das ist Projektleiter Sascha Scholz. Er und seine Audi-Kollegin Marie-Louise Rentsch waren an der Entwicklung des Meteoriten beteiligt. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal rein und schauen uns den Blick nochmal von der Kaffeebar an. Der Anblick des künstlichen Steinbrockens aus dem All erinnert an ein Set für einen Science-Fiction-Film. Außen führt eine 26 Grad steile Fahrzeugrampe nach oben, die Besucher als Co-Pilot im e-tron zusammen mit ausgebildeten Fahrern erklimmen. Im Inneren des Meteoriten warten auf die Besucher Fahrsimulatoren, interaktive 3D-Brillen und jede Menge Ausstellungsstücke zum Thema Elektromobilität. Ein Ort, der Lust auf Zukunft macht. Es geht neu los. Das war für uns dann eigentlich der Stein des Anstoßes, wirklich auch den Meteoriten dafür als Symbol zu nehmen, für den Aufbruch in eine neue Zeit. Und wir hoffen, dass das ganze Thema Elektromobilität bei uns genauso einschlägt, wie es letztendlich auch ein Meteorit tut. Es geht tatsächlich darum, einen gewissen Neustart letztendlich auch hier abzubilden. Der Meteorit ist auch bewusst ein offenes Format. Also wir haben Elektromobilität in allen Facetten da. Es gibt beispielsweise E-Scooter, die so ein bisschen auch für die letzte Meile stehen. Also dahin, wo vielleicht das Auto dann auch nicht mehr hinkommt. Wie kann ich auch die meistern? Ferngesteuerter Autos, mit denen man auf eine sehr spielerische Art auch das ganze Thema erleben kann. Und es gibt natürlich auch viele Hintergründe zum ganzen Thema Elektromobilität, beispielsweise durch das Audi Virtual Exhibit. Da kann man mit HoloLenses auch den Audi e-tron auf eine virtuelle Art und Weise durch Augmented Reality erfahren. Im Prinzip ist es eine virtuelle Brille, durch die man dann das Fahrzeug virtuell sehen und erleben kann, aus allen Perspektiven betrachten kann. Eine Gruppe interessierter Besucher steht mit HoloLenses auf dem Kopf im virtuellen Ausstellungsraum, der bis auf einen Wohnzimmertisch großen Holzquader leer erscheint. Auf den ersten Blick sieht man nicht viel. Es ist erst mal ein leerer Tisch. Das Bild verändert sich aber, sobald man die virtuelle Brille aufsetzt. Das Besondere ist, wir haben über diese grafische Darstellung hier auch die Möglichkeit, in das Fahrzeug hinein zu zoomen, Elektroströme, Rekuperation auch wirklich mit Pfeilen etc. sichtbar zu machen. Das heißt, im Prinzip ist es wie, als ob ich ein Fahrzeug wirklich sezieren und dort ins Innere eintauchen kann. Besucher wie Marco Hirzinger sind fasziniert von der virtuellen Abbildung, die den leeren Raum per Knopfdruck im Sichtfeld der Datenbrille plötzlich mit Leben füllt. Ja, ich sehe jetzt eine Animation auf diesem Holzklotz, wie die Technologie funktioniert, wie die Flüsse sind, wie die Antriebe generiert sind, die Räder, die Bodenplatte ist zu sehen, die Batterie und die Elektrokomponenten. Ja, mich fasziniert natürlich die Technik an sich, die Forschung daran und dass man das für die Öffentlichkeit, für die Mehrheit zugänglich macht. Wem die rein virtuelle Abbildung nicht reicht, der kann den e-tron auch in Wirklichkeit erleben. Die Idee vom Fahren mit Strom zieht immer mehr Leute an. Auch die Stars des FC Bayern statten dem Meteoriten am Münchner Flughafen einen Besuch ab. In kleinen Teams treten die Profifußballer in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Im virtuellen Rennen auf der Playstation, aber auch auf echtem Asphalt. Auf dem Audi Training Center, gleich neben dem Flughafen. Wir sind eine Runde eines Parcours gefahren und haben natürlich so ein bisschen das Auto kennengelernt und unser Aufgabe war es, genau in 48 Sekunden diesen Parcours zu bewältigen. Das ist Leon Goretzka. Für ihn war ist die erste Fahrt in einem Audi e-tron. Ja, das erste, was einem natürlich auffällt ist, dass wenn man den Motor anmacht, man nichts hört. Das ist der erste Punkt, der einem so ein bisschen aufgefallen ist, aber ansonsten hat man sich schnell daran gewöhnt und war auch sehr angenehm, das sehr still war und hat sich eigentlich ganz gut angefühlt im Auto. Das unterstreicht auch Teamkollege David Alaba. Schmeidig zum Fahren, leise, kein Sound, echt gemütlich. Gemütlich wollten es die Bayern Stars aber nicht nur angehen. Im Rennen gegen Mitspieler Niklas Süle kommt der sportliche Ehrgeiz zum Vorschein. Let's go Süle, let's go! Ich glaube, dass wir beide das ziemlich gerockt haben. Zwei der drei Runden des Elektro-Auto-Parcours konnte David Alaba für sich entscheiden. Das hat für den Sieg gereicht, auch wenn Niklas Süle das etwas anders sieht. David ist vorhin bei Orange losgefahren. Einmal gibt er leider nicht zu. Die anderen beiden hat er souverän gewonnen. Dazu gratuliere ich auch, aber der dritte, der war... Hätte ich den dritten Durchgang verloren, hätte ich trotzdem gewonnen. Also ist mir das wurscht. Aber da sieht man, dass es Spaß macht, wenn ich gesehen habe, wie er ausgerastet ist. Und ich konnte ihm dadurch eine Freude machen, dann ist es schön. Fahrspaß allein deckt das Thema Elektromobilität aber noch nicht ab. Das sehen auch die Bayern-Stars so. Niklas Süle, David Alaba und Leon Goretzka. Also langfristig wird sich schon das Elektro-Auto durchsetzen, weil einfach insgesamt aktuell in der Gesellschaft einen Gedankenwechsel haben, was das betrifft. Und ja, alle sich ein bisschen bewusster verhalten wollen. Und dementsprechend denke ich schon, dass sich das auf kurz oder lang durchsetzen wird. Ich glaube, dass das schon irgendwo ein Gedanke ist, der sich in der Gesellschaft entwickelt. Und genauso ist es bei mir auch. Also mir persönlich, dann habe ich das Gefühl, dass ich der Umwelt was Gutes tue. Ich glaube, für die Umwelt ist es was Gutes. Ich glaube, dass es eher in so Großstädten auch vom Vorteil ist, vielleicht werde ich mir irgendwann mal eins zulegen. In erster Linie ist es, glaube ich, schon Wahnsinn, was das schon heutzutage für Fahrzeuge sind. Und sie werden sich sicherlich noch weiterentwickeln, sodass sich das vielleicht dann irgendwann in der Zukunft durchsetzen könnte. Es gibt Menschen, die sehen das etwas anders. Für sie ist die Zukunft schon heute da. Kein könnte mehr, sondern ist. Einer von ihnen heißt Stefan Debera. Da ich großer 100-Prozent-Freund von Elektromobilität bin, wollte die Chance jetzt nutzen, das Fahrzeug anzuschauen. Und glücklicherweise, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, wo wir jetzt hier im Auto sitzen, die Probefahrt. Was für viele noch nach Zukunft klingt, ist für Stefan Debera schon seit zwei Jahren Alltag. Er fährt elektrisch. Privat fahre ich Tesla Model S seit ungefähr zwei Jahren. Ich arbeite in München, wohne in Dingolfing. Das sind täglich 200 Kilometer Fahrweg, hauptsächlich A92. Wir fahren sehr gerne mal Kurztrips übers Wochenende und daher Langstrecke. Genau, das ist so mein Fahrprofil. Am Münchner Flughafen hat er den Audi-Meteoriten besucht, um den e-tron zu testen. Während der Fahrt erzählt er, was ihn dazu bewegt hat, vom Verbrenner auf einen Elektrowagen umzusteigen. Wie kam es dazu, die absolute Ruhe in dem Elektroauto? Das Gleiten, das leise Fahren, das ist jetzt gar nicht in erster Linie der Umweltgedanke. Komischerweise entwickelt sich aber der, wenn du Elektrofahrer bist. Dann kommt es stärker durch. In erster Linie war es das, einfach diese Ruhe, die Zukunft fahren, wobei Zukunft ist heute ja schon Gegenwart. Und dann noch die immense Leistung, was das Fahrzeug hat. Und das macht einfach unglaublich Spaß. Da ist er wieder. Der Fahrspaß. Den spürt man dank der zwei Elektroantriebe auf der Vorder- und Hinterachse auch im Audi-E-Tron. Aber aggressiv ist er nicht. Wie schon Bayern-Star David Alaba sagte, Geschmeidig zum Fahren. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Geschmeidig. Nach wenigen Minuten Fahrt auf dem Münchner Flughafengelände schildert Stefan Deberer seinen ersten Eindruck. Ja, dass er natürlich Audi-typisch, muss man sagen, sehr hochwertig verarbeitet ist, das merkt man schon. Er ist jetzt auf den ersten Blick, oder auf das erste Gefühl, leise, leise im Abrollgeräusch. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, jetzt haben wir 70, und wenn du dann halt so richtig draufdrückst, dann merkt man jetzt auch, da geht was. Wie sehr sich das Fahrgefühl in einem Elektroauto von einem herkömmlichen Verbrenner unterscheidet, wird einem erst so richtig klar, wenn man umsteigt. Manche sagen, du spinnst, aber das merkst du wirklich erst, wenn du eine Zeit lang eh fährst und steigst dann um. Und dann denkst du, was ist denn jetzt los? Es fühlt sich alt an. Es ist laut, es ist ruppig, verhältnismäßig keine Leistung. Du hast Vibrationen im Auto. Der Komfortgedanke ist in meinen Augen, wenn Komfort sein soll, dann ist es eh. Es ist schwer zu erklären, das muss man fühlen. Das muss man erleben. Und ich kenne viele, die Elektro fahren und jeder sagt, er würde nie wieder hergeben. Weil wenn einmal Elektro gefahren bringst, dann sind die Kunden nicht mehr raus. Mit dem Auto möglichst schnell, bequem und leise von A nach B zu kommen, ist eine Sache. Damit sich das Fahren aber auch nach Zukunft anfühlt, muss ein Auto mehr leisten. Es sollte den Fahrer unterstützen, findet Stefan Deberer. Nach einigen Kilometern verlässt er die Autobahn und fährt auf eine Landstraße. Hier testet er das optionale Fahrerassistenzpaket Tour des e-tron. Damit ist sein Testfahrzeug ausgestattet. Das ist clever. Durch diese Unterstützung, dass er Abstand hält, Geschwindigkeit einhält, hat er die Verkehrszeichenerkennung. Und hier war 60. Und er hat aber vorher schon reagiert, was sehr, sehr gut ist. Nach einem Blick auf die verbleibende Reichweite, die auf dem Display erscheint, kommt Stefan Deberer auf das Thema Laden zu sprechen. Existierende Vorbehalte, dass das Stromtanken zu lange dauern würde, kann er nicht nachvollziehen. Ihm helfen Ladepausen dabei, sich zu entspannen. Diese Ladepausen, die sind ja nicht lang. Aber sie helfen dir unglaublich dabei, entspannt ans Ziel anzukommen, unabhängig davon, wie weit das Ziel weg ist. Den Unterschied merke ich ganz, ganz deutlich. Trotzdem wünscht sich Stefan Deberer, dass das Thema Laden noch mehr Fahrt aufnimmt. Auf jeden Fall, das Ladenetz, und da ist man jetzt dran mit Ionity auf Langstrecke, muss deutlich und viel schneller noch ausgebaut werden. Weiterhin würde ich sagen, dass hier die Regierung gefordert ist, um hier schnellstmöglich Klarheit für die Menschen in Mietverhältnissen zu schaffen, dass die ein Anrecht darauf haben, eine eigene Ladestation aufzubauen, auf ihrem Parkplatz oder wo auch immer. Denn ohne dem wirst du immer die Leute haben, die sagen, das funktioniert nicht, was offensichtlich auch nicht korrekt ist. Denn wenn man die ganzen Elektrofahrer fragt, die sagen, es reicht, es passt, es funktioniert. Und ich glaube, dass man so Rahmenbedingungen schafft, das ist unerlässlich. Vorbehalte abbauen und zeigen, dass es geht. Zum Umdenken anregen. Das ist auch der Job von Klaus Demel. Er ist bei Audi für den Bereich Driving Experience verantwortlich. Er sagt, das Fahrerlebnis ist bei einem Elektroauto unter anderem deshalb so positiv, weil in vielen Fällen Elektroautos, anders als Verbrenner, nicht nur an der Tankstelle, sondern auch daheim aufgetankt werden können. Wenn ich mir anschaue, wie der heutige User für solche Fahrzeuge, wie der normalerweise seine Ladevorgänge macht, die gehen gar nicht mehr zur Tankstelle, sondern die machen das zu Hause. Und wenn man sich das überlegt, dann ist das wirklich für viele, ist das sogar eine Vereinfachung. Klaus Demel ist davon überzeugt, dass sich die Elektromobilität durchsetzen wird. Man müsse Kunden mit guten Ideen überzeugen, überraschen und über den Tellerrand schauen. Genau das hat er mit einem Team beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos getan. Audi war Shuttle-Partner und stellte für die Teilnehmer des Gipfels eine ganze Flotte seiner Elektro-SUVs bereit. Und wir hatten dort die Aufgabenstellung, wie können wir dort den e-tron in so eine Fahrflotte, als Chauffeursflotte integrieren. Und da habe ich gesagt, ich will nicht nur einen, ich will 50. Dann hat jeder gesagt, spinnst du? Da dort ein Minus 20 Grad ist normal. Also nachts, das ist ganz normal. Also eher suboptimal, weil das merkt man ja auch beim Handy, wenn ich draußen in der Kälte bin. Dann 50 Autos, wo willst du denn die laden? Und dann haben wir als Audi eine mobile Ladeinfrastruktur entwickelt und es hat super funktioniert. Versorgt wurden die rein elektrischen Autos zu 100 Prozent mit Grünstrom. Gespeist aus mobilen Ladecontainern. Und das ist auch etwas, wo wir uns als Hersteller einfach auch Gedanken machen müssen, eben out of the box. Und hier mit innovativen Ideen. Wir hatten dort eine Chance, Leute in das Auto reinzubekommen. Und zwar wirklich unter den widrigsten Voraussetzungen. Und die haben uns das nicht geglaubt, als sie im Auto gesessen sind, haben dann gefragt, what kind of car ist das? Und dann haben halt die Fahrer erzählt, ja, das ist das erste rein elektrische Fahrzeug von Audi. Und dann waren die alle wirklich interessiert. Und das waren wirklich so coole Dinge, wo wir echt sagen, da haben wir jetzt auch wirklich Leute damit erreicht. Und man sieht es ja auch hier, wie viele Leute hier am Münchner Flughafen, die eigentlich nur von einem Terminal zum anderen gehen, stehen bleiben. Weil sie da merken, da wird ein Auto hier irgendwo über eine Rampe gefahren. Man hört nichts. Man sieht nur was Spektakuläres. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Also da so ein bisschen out of the box für die Leute. Nicht mehr nur rein plakativ mit irgendwelchen Anzeigen, sondern hier wirklich die Leute zu erreichen. Und das glaube ich, da brauchen wir noch mehr Ideen in der Zukunft. Dazu gehört es auch, Orte zu schaffen, an denen Elektromobilität erfahrbar wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau das leistet der Meteorit am Münchner Flughafen, durch den sich Sascha Scholz und Luise Rentsch bewegen. Ja, wir sehen hier gerade, wie ein Auto auf der Rampe direkt an uns vorbeifährt. Man hat quasi fast das Gefühl, selber drin zu sitzen und kann jetzt hier auch die spektakuläre Abfahrt sich nochmal anschauen. Die oberste Etage des Meteoriten ist gut besucht. Gehen wir am besten da vorne um die Ecke. Hier befindet sich neben der Kaffeebar auch ein Familien- und Kinderbereich. Gerade Kinder wollen wir hier auch bewusst mit ansprechen mit dem ganzen Thema. Und man sieht hier an unterschiedlichen Stellen im Meteoriten einen kleinen Roboter. Das ist der sogenannte Adui-Roboter. Und immer, wo man dieses Symbol sieht, gibt es Stationen für die Kinder, wo die Kinder Aufgaben machen können. Also sie machen quasi eine Art Schnitzeljagd durch den Meteoriten an unterschiedlichen Stationen mit Aufgaben und bekommen dann am Ende auch ein Geschenk. Zu den Spielen gehört unter anderem ein Memory zum Thema Stromerzeugung, erneuerbare Energien und Elektromobilität. Das ist letztendlich ein Thema, was uns ja auch alle betrifft. Und aber es ist ein Thema, was auch gar nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht denken könnte. Und deswegen glauben wir, es ist eine gute Sache, auch Kinder schon an das Thema heranzuführen und da einfach eine gewisse Relevanz zu erzeugen. Relevante Ideen und Visionen für die Zukunft, die wünscht sich auch Stefan Deberer bei seiner Probefahrt im Audi e-tron. Mein Sohn, der ist jetzt sechs, für den wird es nichts anderes geben wie eh. Und ich gehe davon aus, dass er auch schon autonom fahren wird. Dass die Möglichkeit besteht, dass er per App irgendein Fahrzeug kommen lässt und sagt, ich muss jetzt von A nach B, ich muss dorthin und in zwei Stunden holst du mich wieder ab. Davon bin ich überzeugt, dass das sein wird, weil der technische Fortschritt einfach so immens schnell momentan geht, was das ganze Thema angeht. Alleine schon getrieben durch unsere neuen Player auf dem Markt und vor allem auch China und so weiter, da kannst du dich nicht mehr davor verschließen. Und alle Skeptiker, die heute dagegen sind, da gibt es ja sehr, sehr viele, das wird in zehn Jahren überhaupt kein Thema mehr sein. Und dann sagen sie, Mensch, hätten wir doch früher. Da bin ich überzeugt davon. Wenn man sich darauf einlässt, kann man, glaube ich, nur gewinnen. Nach 45 Minuten endet seine Testfahrt. Elektromobilitätsenthusiast Stefan Deberer fährt zurück zum Münchner Flughafen und parkt den Audi e-tron direkt neben den Meteoriten. Zeit für ein Fazit. Begeistert vom Auto, hoch angenehm zu fahren, alles sehr rund. Audi-typisch eigentlich. Er fährt sich wie ein Audi, er fühlt sich an wie ein Audi. Ich habe früher Audi gefahren, also A6, 3 Liter Quattro. Und wenn du von dem aussteigst und in den einsteigst, bist du wieder zu Hause, sage ich mal. Also da gute Arbeit geleistet. Was mir sehr gut gefällt, ist das Interieur hier. Ganz, ganz toll gemacht. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht, ja. Falls auch Sie den Meteoriten am Münchner Flughafen besuchen wollen und eine Testfahrt im neuen Audi e-tron erleben möchten, bis zum 10. März haben Sie die Gelegenheit dazu. Anmeldung vor Ort oder über einen Audi-Partner auf audi.de slash e-tron erleben. In der nächsten Episode dieses Podcasts nehmen wir Sie mit auf eine Testfahrt in die USA. Außerdem lernen Sie ein Start-up kennen, das die Lebensdauer und Leistung von Batterien mit ausgeklügelten Computerprogrammen verbessern will. Wir nehmen Messwerte vom Batterie-Management-System als Inputwerte für unsere Batterie-Analyse-Software, um den Gesundheitszustand vom System zu bestimmen, eine Prognose machen zu können beziehungsweise was müsste man optimieren im Betrieb, um die Lebensdauer zu verlängern. Die Zukunft ist elektrisch. Jeden letzten Donnerstag im Monat bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Audi e-tron unter audi.de slash e-tron. Angaben zum DAT-Hinweis finden Sie auf audi.de slash dat-hinweis. Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität. Die Zukunft ist elektrisch. Es ist elektrisch. Und wer hat Krebs alt Planet. Die Zukunft ist elektrisch. Wie hochgebe BURN.de nach hälsend. Wkrö hil гоgensной Anteil ein. Wie hochgebeende Betrieb.